Eine gute Nachricht für alle, die am Wochenende noch Lust haben. Es gibt noch ein paar Eistagen hier an der Faktiskasse. Eine gute Nachricht für alle, die am Wochenende noch eine gute Nachricht für alle. Eine gute Nachricht für alle, die am Wochenende noch eine gute Nachricht für alle. Die Nachricht für alle, die am Wochenende noch eine gute Nachricht für alle, die am Wochenende noch eine gute Nachricht für alle. Die Nachricht für alle, die am Wochenende noch eine gute Nachricht für alle, die am Wochenende noch eine gute Nachricht für alle. Nachricht für alle, die am Wochenende noch ein wenig Gen Working mit dela am Wochenende noch eine gute Nachricht. Applaus Ich habe Spaß noch. Ja, ja. Jawoll! Gehen Sie rein. Nicht so. Nicht so. Oh, schön. Schau. Ein kleiner auf der Tonisch bitte hätten wir doch noch bitte der in Sittergarten auch auch irgendwie ein Foto machen, nicht mit witzig zu fotografieren. Wir haben in einem Halbjahr... Wir haben in einem Halbjahr... ... ... ... ... ... ... ... ... Jawoll! 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 Applaus 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 Service Judge Manfred Chong, Hong Kong, China Please welcome, representing the Netherlands, Robert Tan Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020